Wir haben hier ein Protein. Sonst gibt es hier gar nichts. Den da unten haben wir ja schon. Der Power Punch. Tja, wenn wir jetzt noch was hätten, was ein Delegator kann, dann wäre das vielleicht sogar eine Überlegung wert bei so mancher Sache. Da unten gibt es nichts mehr, was wir uns wollen können. Das heißt, wir sind mit diesem Stockwerk auch fertig. Weiter mit dem fünften. Ein Kampf-Pokémon. Ich soll aber mal den Sorti weitermachen. Der tut sich nämlich wesentlich leichter, wenn es darum geht, Kampf-Pokémon zu verprügeln. Karbohm. Du bist auf einmal wieder zu schweigsam. Was ist denn schon wieder los? Ah, ja. Ja. Ja, man prügelt sich halt schon langsam durch hier. Wenn die eigenen Pokémon überlevelt sind, dann funktioniert das Ganze ja auch wenigstens. Ja. Ja. Aber wenn die Filo nicht schwebe, Magnet auch mal nicht? Nö. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat entweder Magnetfalle oder... Ähm, was war die andere normale... Oder Robustheit. Achso. Und Seichen 5 auch Analyse. Schwebe hätte es aber gerne. Dann wird seine Doppelschwäche weg sein. Boden, wenn du? Mhm. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Pokémon, das eine Doppelschwäche mit Schwebe wegmacht. Das ist das Hitze-Rotom. Oh. Das gibt es ja hier auch noch nicht, weil Rotom ist Gen 4 und die Doppelschwäche hat es erst seit Gen 5. Die es damit wegmacht. Weil Rotom hat in Gen 4, wenn es die Form geändert hat, noch nicht in Typen geändert, sondern hat nur die Basiswerte bekommen und die Extra-Attacke gelernt. Hat aber den Elektro-Geist-Typ behalten. Seit Gen 5 ändert sich dann der Geist-Typ zu dem jeweiligen Typen. Und beim Hitze-Rotom hat man dann dementsprechend Elektro-Feuer und das ist eine Doppelschwäche gegen Boden, die durch die Schwebe eben komplett zunichte gemacht wird. Das ist eine Doppel-Die. Wie ist die Doppelschzeiten? Und das ist eine Doppelschzeiten? Ja. und Was meinst du? Soll ich mir nachher noch Nocchan oder Kikli holen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, der Kikli wird sein. Zu Kikli tendiere ich auch eher, weil Nocchan ist in Gen 3 noch nicht wirklich so gut zu gebrauchen. Weil die ganzen Elementar-Heber-Attacken alle noch speziell sind. Um... Okay, ich würde sagen, dieses Stöckwerk kam auch. Dann geht's weiter in Sexte. Da ist Nummer 2 von den Vieren. Das ist Nummer 2 von den Vieren. Nur noch ein Tragasso. Wir sind zwar auf minus 1 Staff, aber Soti hat genug Lebenspunkte, um da irgendwas von dem Ding wegzustecken. gegen seine Step Attacken ist er eh immun und Raserei macht nix und da will er sich wieder entwickeln obwohl er gar nicht darf Kratzer wer kann den lernen? Niemand und hier haben wir noch Zink In wievielten Stock weg sind wir jetzt eigentlich schon sechstes? Ja Na gut wir müssen ja nur bis zum zehnten rauf wir kommen ja gut voran Dierky darf sich jetzt auch mal wieder voll heilen ist da unten irgendwas? ist da unten irgendwas? hier auf jeden Fall Calcium noch einen weiteren Trainer den wir verprügeln können der Forscher Jonas was? ok aber ich will ich sollte jetzt nicht in einem Elektroball drin lassen Na gut bei 9 Level Unterschied kann man sogar auch mal einen Elektroball überholen auch wenn die Init Basis mehr als doppelt so hoch ist wie gesagt hier war eine Init Basis Unterschied 65 zu 140 Elektroball ist ja wirklich eins der allerschnellsten Pokémonis die da so rumrennen also von der ganzen Gen 1 ist Elektroball sogar das schnellste wenn man Megas zumindest nicht mitzählt weil sonst würde Megas im Salat rüber kommen ja gut du hast ja auch von der Gen 1 gesprochen ja und Mega Mewtwo Y würde gleich ziehen ja und Mega Aerodactyl ich würde ihn aufholen aber das sind wie gesagt alles Megas so 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 ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig wie hoch das Level von äh Sabrina Simsala war aber ich mein das Ding war ja schon in der Nähe von 50 oder? so 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 dann haben wir hier auch schon alles siebter Stock so und schon wieder ein Razzikal und wir sind inzwischen zwölf Level über denen so 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 krass so 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 es ist Und Level. Und Level 39 Versorti, was heißt, der will sich jetzt gleich wieder entwickeln? Ja, schon. Und Level 39 Versorti. Ja, entwickeln wird er sich leider erst nach der Pokémon-Liga. Und Level 39 Versorti. Und Level 39 Versorti. Und Level 39 Versorti.